Ja hallo liebe Eltern, liebe Loschke-Schüler und Schülerinnen. Ich bin die Anja Putter-Waller von der Städtischen Sing- und Musikschule Erlangen. Wir sind hier ein Team an der Loschke-Schule, die Giovanna Wolf. Ein paar von euch kennen uns ja schon, aber für die, die uns noch nicht kennen, machen wir eben auch dieses Video, weil wir können ja gerade nicht durch die Klassen gehen. Wir glauben ganz fest daran, dass wir ab Herbst wieder alle gemeinsam musizieren können. Wir hoffen es natürlich. Ich unterrichte musikalische Grundausbildung MGA, genau wie die Anja Putter-Waller, und ich mache die zwei Chöre, Zweitklass Chor und Dritt-Viertklass Chor. Und die Off-Percussion-Gruppe, in der wir natürlich ganz viel rhythmisch machen, ganz viele Rhythmusinstrumente spielen. Ich bin für Blockflöte noch zuständig, das ist dann ab der zweiten Klasse. Das findet meistens in großen Gruppen statt, so acht Kinder, zehn Kinder manchmal auch. Wir freuen uns total auf euch. Meldet euch an über die Website Sing- und Musikschule in Erlangen. Wir freuen uns auf euch. Einen schönen Sommer, bis dann. Bis zum nächsten Schuljahr. Tschüss.